Der deutschen Nationalmannschaft droht bei der WM 2014 in Brasilien eine echte Hammergruppe. Am Zuckerhut wurden die Lostöpfe für die Auslosung am Freitag bekannt gegeben. Das Team von Joachim Löw kann schon in der Gruppenphase auf Erzrivale Niederlande, Angstgegner Italien, Frankreich oder England treffen. Als Top-Teams der FIFA-Weltrangliste befinden sich Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Uruguay, Spanien, Deutschland, Belgien und die Schweiz im Lostopf 1. Bei der Einteilung der drei weiteren Töpfe spielten neben sportlichen auch regionale Kriterien eine Rolle. Die DFB-Auswahl könnte nun in einer Gruppe mit Italien, der Elfenbeinküste und den USA mit Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann spielen. Es wäre aber auch eine vergleichsweise leichte Vorrunde mit Bosnien-Herzegowina, Algerien und Honduras möglich.